Parasailing etc, Bananavol, das lieben die alles an. Ihr habt es hier richtig gut, dass es hier auf jeden Fall steht. Ja, ja, immer. Auf jeden Fall. Morgens ist es ruhig, das ist Wasser, also wirklich keine einzige Welle. Und so ab Mittag ist es immer gut, finde ich. Also Wassersport bietet sich schon an, sieht man jetzt hier auch gerade Parasailing. Ja, das Strand ist, wie hier auch in der Broschüre steht, teilweise sandig. Vorne, wenn man ins Wasser geht, steinig. Das ist generell hier in der Ecke so, auch wenn man weiter hier durch den öpplichen Strand fährt, Badeschuhe sind immer gut. Wir versuchen jetzt nächstes Jahr auch noch mehr.